ich habe kapital dabei auch junge junge auf youtube gehen einmal hier mein kanal teilen whatsapp hör mal und jetzt alle rein hier aber ihr habt aber ganz schön schnell verloren und da war es ja mal wenn das war mal die kacke ja die brennt die fotze brennt die war hier aber abseh sie ist weg die alte flutter hier unten bei mir brennt brennt man selber mit der kacke wo ist er da ist er ich habe ein bisschen angekugelt komm raus ich will mit dir spielen ich will mit dir spielen boah pulz ist raus warum machst du sowas dann so wo hast du mir jetzt geholfen ich halte gerade aufhelfen anna ja ich habe es schon gesehen hör mal ich habe einen zuschauer grüß gott das gibt gleich ein bann hier ja anna so geht es nicht zwei zuschauer das läuft hat dein kanal abonniert dankeschön hier ne die deutschen arbeiter unterstützen aber wo muss das sein und nicht anders wir müssen den biogefahr durch den raum sichern so gehen wir mal ran hier an die potte so cw ist erst um 20 uhr haha ich habe euch voll verarscht mit dem titel ne warte ne warte warum steht denn der als warum stehst denn du wieder afk rum hier die bursche ja da rum ja nix da rum pustekuchen ist hier macht die wende dicht schau mal rein in die olga alle du leckst bei ey nicht solche kraft aus drücke hier und die wand zu machen mach doch die wand hier zu warte 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 aber halt aber auch raus mit Olga und bei wem bei mir auch bei mir kommt zwei zuhaar haha aber aber die Zukunft kann auch zu mir rüber Schickruder aber auch ja bei mir gibt es frei Bier bei mir gibt es frei Bier ey ich bin doch gar nicht bei dir ich höre bloß irgendwelche asiatische Stimmen komm her ja jetzt fressiv muss kommen her bei mir da lümmelt einer hey da schießt ihr durch die Wand da Affe ja da schießt ihr einfach durch die Wand die Pfanne oh guck mal ah Ying ich hab mich gesprayt da kommt was mit Schild ja der Blitz ah schon wieder Ying hey dich doch tot ja aber sie hat es auch drangemacht ja ich hab Blitzi hier gesehen Achtung 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 da sind die auch gerade weg also das ist schon peinlich weil das Blitz weggefüllt wird hör mal hör mal mit Black Ice und Keksen und Keksen Design a la Achtung 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 ja hör mal rein in die Olga würde ich sagen aber ich weiß nicht wer es ist so ein Trinken wer hat so das hat aber du hast schon immer noch nicht die Regeln aufgestellt für das nächste Saufexperiment Experiment ich hab kein Problem damit jederzeit sag mir wo und wann wenn ich hier Experiment 626 nenne ich das ok passt doch keiner weiß was Experiment 626 ist ok das macht ein bisschen salty ja das tun das weiß ich mir gleich ich häng ich hier ja hör mal Ella ist mal rechts gegangen Ella raus ach der Onkel Doktor hockt hier AHHHHH NEIN der hockt hinter mir hey Leute was soll der Scheiß Verkackern na hör mal muss man mal den Arsch abdecken ey wo kann schon mal nein ich sag der Welt ist tot ELA sagt dich tot und welches tot ich hab hier stream am laufen alle Beweise sind aufgezeichnet warum soll ich Kev sagen du hast wirklich Kev gesagt Scheißegal welches tot aber hinter uns stand einer das ist relativ ja und warum deckst du meinen Nacken ab und nicht meinen Arsch ja ne I'm sexy and I know it ne hier alle Kavera verhörst 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 hat der Gehörst den Kriegsschrei hier die Kavera geht ja uuuhhh ja sie kommt mit BAMP Dead ass shake dead ass von mir Allah die hat aber auch einen geilen Arsch ja jeder der das hört er wisst IQ hat einen geilen Arsch ja also ja genau rein in die Olga jetzt weiß ich warum er auch IQ spielt ne haha zwinker zwinker die die nelle du sie ellen jetzt w fiquei bei aber habe ja lap einfach also private infos will keiner hören keiner wissen keiner riechen sagt alle mal tschüss ja der weiße kommt der große böse mann jetzt hier ich werde der letzte ich hätte der letzte schon wieder diese verhurt der kaffee ohrmann meint hohn älbisch für narsch rar war aber koh 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 Ach du Scheiße, das muss ich klippen. Das muss ich auch unbedingt klippen. Oh Mann, Alter, dieser Toxic Fairy, der Euphorie, geht mal auf den Sack. Wieso höre ich denn den fetten Sack nicht? Mach mal. Warte, jetzt hier einer. Warte, hier einer auf Schwitzer. Ah. Ja, ich meine, das zielt nicht 10 Sekunden lang auf eine Scheiß-Came, Alter. Käfer bei mir. Sag doch, Käfer ist die letzte, die Scheiß-alte Schabracke. Rechts. Ah, ich weiß sie da. Ja, die. Ja, ich hab's doch gesagt, ich schau dich von rechts. Ja, guck dir das mal an, wir haben beide 513. Wie ist denn sogar den gleichen Ping und der Mist-Sack steht vor mir mit über 100 Punkten, Alter. Und dann noch so einen hässlichen Skin. Guck dir das an, was macht ihn die? Oh, ich geh jetzt mal hin und schieß mit einem 30-Meter-Bogen hier irgendwo in die Wallach-Hall. Geil aus. Hashtag Japaner auf Englisch? Japaner? Japaner, I'm Japaner. Watching how? Oh my, mu. Nani? Ich höre nur noch hinten. Dipp, 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 dipp. Ich hab jetzt Bock auf Sushi. Hashtag noch Rassismus. Das war eine Runde Rang. Nichts Rang. Was Rang? Hör mal, hast du schon gesoffen? Das ist nicht das, was ich gesoffen habe. Anna! Du warst locker! Pommes! Hör mal, was muss ich... Das ist schon... Ja, ja, eine Viertelstunde ungefähr. 14 Minuten, ja, okay, wenn man es genau nehmen will. Oh. Hör mal. Es sind gerade vielleicht drei Runden von Rang. Martin? Jawohl. Halt's Maul. Was willst du schon wieder? Du kommst aus deiner Ecke gekrochen, da mit deinem Nahtyp 2. Hör mal, und willst du jetzt hier die Frist aufreißen, oder was? Hör mal, ich bunker dir gleich den Schädel nach hinten. Ja, komm. Ja, kein Problem, gib mir deine Adresse. Ich komm, mach dir. 12 Uhr morgens Spielplatz ohne Träten und Spucken. Und Haare ziehen, auch nicht. Dann bin ich nicht da, dann bin ich in Düsseldorf. Ja, ich komm nach Düsseldorf. Klemann Düsseldorf hier, wie die Rapper. Hör mal. Alle nach Düsseldorf, Stiefelkreis. Hör mal. Haftbefehl hol ich auch. Und wie heißt denn der andere? Kollegah hier. Alle Düsseldorf hier. Gibt's Stiefelkreis? Auch 187. Ach, hör auf. Grüße, geh raus an Enric an dieser Stelle. 187, hashtag dein Bruder ist KSK. Wir haben da, ne? Ich hab so nebenbei erfahren, dass du das Bild aus Google gezogen hast. Nach kurzer, zweiminütiger Recherche. Du Fatze. Na, Marc, geh mal mir aus dem Weg, Lars hier. Was soll denn das? Stehe ich mit einer Schmalzenlocke hier am Weg? Ich spüre schon den Headshot. Marc ist der Einzige, der so ruhig ist, ne? Der gar nichts sagt. Ja, natürlich, ich bin immer der Ruhigste hier. Warum könnt ihr das mal aussuchen? Ruhig gelassen sein hier. Hör mal. Ich hab gesagt, Marc. Nicht Martin. Ja, das hört sich alles gleich an. Halt die Schnauze. Warte mal. Lass du dich mal von 80.000 anbrüllen. Dann reden wir noch mal. Warum kommt der jetzt hoch? Wer hat mir hier eine Contact reingepfeffert? Ja, ich schmeiß mal deine Leichen und meine Kuhs rein. Irgendwas muss die ja nütze sein. Ja, aber der müsste low sein. Ja, der ist schon meine Kuh rein. Der ist tot. Ja, da hockt doch einer hier. Äh, Ash ist raus. Was? Ich hab dir eine Contact-Nate gegeben. Der hockt hier, der hockt dir. Anna, hilf mir mal hier. Dankeschön. Warte mal. Und weggepumpt. Okay, mit Schild auf dem Flügel. Ja, genau. Sorry. Dankeschön, gnädige Frau. Hast du nicht kaltiert? Eigentlich gut schon. Keiner redet mit der Null. Aber wenn der Kuchen redet, hat er grün, still zu sein. Hallo, 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 hallo. Ist da irgendwo, Lisa? Ah, die stand. Also, verehrte Damen und Herren, ich stehe am Eingang. Und sie hat den hässlichen Ching-Chang-Chong-Design. Ja, nee, wisst, ich schreie vor, hallo, schreie noch, dass sie da stehen. Oh, hallo, ich hab's dir nicht gesehen. Was von der Line zur Chefin der EU... Was? Von der Line zur Chefin der EU-Kommission gewählt. Äh? Die alte kriegt nichts geschissen, Alter. Ach, ich glaub, in YouTube-Jefmund hat's sogar Politik reden, ne? Ja, 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 ein bisschen NSA-Less-Grüßen, ne? Ja, und, äh... Bundesnachrichten-Zentral-Dienst. Ne? So, und das war's mit... Das hat sich ausgechonkt, ja. Hör mich hier gelaufen, nicht? Wo, wo ist ich hin? Oh, nein, wo gehen hin nach China? Ich nix wissen. Du wolle Lies? Ich hab ja viele Lies. Du kannst ein zwei Läu-Low. Zwei Läu-Low. Ich mag ja dir harte Liebe, aber nix in meinem Popo, sonst ich nix mehr kacken können. Ich starke Frau hier. Ich mag ja lange Liebe mit dir. Aber du nix, Popo. Popo kaputt gehen. Ich nix kacken können. Eine Nacht. Guten Morgen, geil. Du wolle Lies? Wir haben Lies. Eine Kilo Lies. Fünf Läu-Low. Fünf Läu-Low. Damit ich Mann holen kann rüber, du weißt doch, wer ist denn Hesenn und Mann. Ja, der hat heute wieder gesoffen, eindeutig. Ich bin, ja, meine lecker Wodka. Ich nix habe ohne Wodka. Hier Spaß. Ich hoffe, ich hoffe, diesmal ist er so in Rang auch. Meinte, die TV-Ner und nicht, dass er rumschreit. Die Arschlöchter. Ey, ich habe gutes Recht, den Rang rumzuprochen. Hast du dich verstanden? Wer hat ja ein AIM, das ist ja Gott gleich. Ich kann nicht das Ausreißen hier. Anna. Habt ihr schon eigentlich gewusst, dass ich... Also jetzt nix gegen Türken, ne? Aber jedes türkische Lied hat sich irgendwie immer gleich an. Und irgendwie singt er immer irgendwie über eine Frau, die er vermisst hat und sucht und hast du nicht gesehen und immer das... Ah, Ela bei mir. Hashtag, hab ich nicht gesehen. Die Schwann am Eingang. Da ist längs. Längs. Die war ganz längs, die Ela. Der hört mich gar nicht, ne? Da war es längs. Wolle ich bei dem links? Ja, da, guck, hast du gesehen? Kickste, kickste, guck. Oh, diese Frau nix schnappen wollen. Oh, diese Frau nix schnappen wollen. Den Behälter nicht, ja. Ich packe lange und dicke Liebe mit dir. Ich starke Mann. Ah, Kavira ist bei mir. Ihr seid Arztlöcher, ich wollte sie verbrennen. Lass, das war nix gut. Burn, burn! Hans, get the launcher. Die Skullandfeuer. Ja, wisst ihr, ich laufe da gemütlich rein, auf einmal kommt die alte Flatter vor zu mir um die Ecke gelatscht. Die wollte mal sagen, du... Zwei Lolo. Ich starke Mann, ich mache lange Liebe mit dir. Ja, du nix in meinem Popo, sonst Popo kaputt, ey, ich nix kacken können. Ja, du deutscher Mann, ich komme mal nach Deutschland, keine Probleme. Du deutscher Passgeberin, ich mache lange Liebe. Wenn du wollen, du melden bei mir, gib ein Telefonnummer. Ich melde mich. Ja, ich kann sagen, auf einmal komm, kriegst du wohl mal von Hochihaasa oder Chingchao Huya oder sowas oder von Akashimi Homasano oder sowas oder von Akashimi Homasano oder sowas. Du wolltest deutsche Pall, ja, ja, ich, gute Frau, ich mache lange Liebe mit dir, aber du nix in meinem Popo. Boah, ich mache lange Liebe mit dir, ich, starke Mann, ich mache dein Popo kaputt, du nix mehr kacken können. Ich mache lange Liebe, wer stellt denn so ein Schild hier hin, ehrlich? Hallo, 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 ist jemand hier? Blitz kommt, blitz kommt. Blitz habe ich. Ah, da ist Lischen, warum sagt mir keiner? Äh, ich meine, nein. Hä, Leute, das ist nicht zum Lachen, warum gibt mir keiner die Info? Ja, doch, da hat jemand blitz weggeflammt noch in jemand anderes. Ja, ich? Ja, also, da kannst du mir auch die Info geben, dass da noch lein ist. Wohin soll ich da sind nicht, ich bin, CAM geht da weiter weg von der Tür. Heyey, warum immer dieses Geschrei? Oh, 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 oh! Ich schieße nur zweit, ich schieße nur zweit, du kannst schon wein, zweit schießen! Sein bein beinigt raus, z convein g reienza aus. remembering Willkommen bei Rainbow Succeeds. Beine, die ich die Wände ragen. Realismus hautnah live. Wenn die Wände schon durch die Wand glitschen. Ja, einer von denen hat auf jeden Fall schon mal 20 HP weniger. Hab ich jetzt Wodka reingemacht oder nicht? Oh, ja, hab ich. Oh, Gott, das Wind. Warum schnüffel ich dann sowas? Das ist fast so gut wie Klebstoff, ne? Ich hab nur so einen Zuschauer. Ich bin ein bisschen salty hier. Kämmer, 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 Was sind das für ein Namen? Krymix Freak L2 Stil heißt Temo. Was? Gold 4. Silber 2. Das ist ja vielleicht peinlich gerade. Ach, das Scheiße. Level 12, Alter. Ach, du Schande. Level 33. Hä? Haben wir hier... Haben wir einen Low-Rank hier? Ja, soll er probieren. Haben wir Low-Rank? Hä? Keiner von... Hä? Hä? Diese 1 zu 1 Details, als wären wir im Fußballspiel. Als wären wir im Fußballstadion. Das Schild war Bombe. Das war Martin. Ja, ich sag, weil es auch scheiße eigentlich wegen der Haupttür da vorne ist, weil wenn du drüber jumpst und jemand läuft gerade zur Haupttür da hoch, weißt du? Das hätt ich auch so weggekriegt, Alter, auch wenn der Scheiß-Shit nicht da gewesen wäre. Hör mal, da ist ein Level 12er und Level 30er drin, Alter, und... Hä? Wie geht denn das? Wir sind alle voll die High-Rank hier, alle über Level 150. Wer kommt Level 12, Level 30 da rein? Hör mal. Anna! Was ist denn das? Oh, locker, leh, leh, ho, schickete... Ich hab nix gegen die Tür. Das nennt man Locker, da gibt's kein richtiges Matchmaking. Doch, genau das ist das Schlimme. Locker gibt's besseres Matchmaking wie in Rankeds, ohne Flux. Als ich Platin 3 war, ich bin locker alleine rein. Ich hab nur Platin-Regner gekriegt. Ich war Gold, hab nur noch viel Gold-Regner gekriegt. Ah, wer wird das wohl sagen? Ich muss Benutzerspiel starten. Hör mal. Hier, rein in die, Olga. Hör mal. Hör, ma, hä, mit M-A, hier, Dialekt, ne, wie ist denn? Hör mal. Hör mal. Hör mal. Hör mal. Urschloch, du. Wir gefallen unsere Ränge. Eins, zwei, drei, vier. Ja, und wer steht hier an der Spitze, Kollege? Hier, ha, 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 ha. Nee, ich stehe an der Spitze, guck doch mal. Ich bin ganz oben, wie ein Gold-Eins-Kollege. Ich bin die Jahrzehn. Die Jahr was, bitte? Was? Die Jahrzehn. Wovon träumst du eigentlich Nazi? An nackten Gummibärchen, oder was soll das werden? Nee, guck doch, ich bin die Jahrzehn. Ja, hör mal, mach mal die Augen zu, da weißt du, was du bist. Nichts. Schwarz, bist du schwarz? Okay, das bringt mir langsam ein bisschen rechts. Ja, willst du, okay, wir sind Team Blau, dann gehen wir alle von Team Blau rüber hier. R2 für Breit, Check-In. Im jeden Fall, ey, ich mach's so, weil wir Horst sind, dürfen wir aussehen, wie wir das machen. Weil wir doch Horst. Hostet, ohne R. Warte, wir sind bei, warte, wir sind bei Küste, Angreifer, die Verteidiger. Ja, aber wir, ja, aber. Da sind wir so, Eismaul, so Arsch. Wir Horst. Weil das sind die neuen Regeln. Man darf, wer Horst ist, darf aussuchen. Wer Horst ist, darf aussuchen. Wer Horst ist, darf aussuchen. Hör mal, das heißt Hosten, ohne R. Ihr seid Arschlöcker. Nee, ich hab gar nicht, wenn Lisa damit mitmacht, ne? Ja, nein. Aber nein, da kommt so ein Mars um die Ecke, mach mit. Ja, aber Horsten. Ja, komm, hör mal, das nächste Mal küntern wir, okay? Horsten, wir Horsten. Ihr seid Arschlöcker. Ihr seid Arschlöcker. Ja. Nur weil Lars ist der Vernünftigste. Der sagt nix. Nein. Ist ein Arschhorster. Du, genau. Arschhorster. Hörst du, wenn ihr hört, dass man Sack platzt, dann hat mich einer vom Spawn weggeholt. Ja, 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 wir haben es vorhin doch rüber gehabt, ne? Hier, also. Lenzen und Partner, ne? Also hier, regeln das mal kurz. Ja, gut, dann Horsten wir mal das Spiel. Hey, Martin ist heute nicht zum Aushalten, ich schwör's euch, Martin ist heute nicht zum Aushalten. Doch. Hey, jeder hat was zum Lachen, hallo, ja, also hier. Hör mal. Halt's Maul, ich darf das. Weißt du, Horst? Ich hab Darmstein. Ich hab Darmstein. Darf er das? Nein, da darf er nicht hier. Du hast keinen Darmstein. Nein, ich hab Darmstein. Du hast einen Leck mich am Arsch. Guck hier, warte, ich zeig euch meinen Darmstein. Hör mal, hier, also. Ich zeig euch meinen Darmstein. Willst du uns dein Darmteil zeigen? Ja, ich hab auch irgendwie sein Darmteil verstanden und das will ich nicht sehen. Und das darf er auch nicht. Und vor allem als Horst ein Darmteil zu besitzen, das macht mich ein bisschen stutzig. Hör mal. Alter. Nein, das ist nicht köstlich, Horst seinen Darmteil zu sehen. Das ist Umwelchverschmutzung hier auf dem höchsten Rang. Gehört verboten. Das gehört aus den Geschichtsbüchern gestrichen. Ah, regelhaft. Da gibt's halt keinen Transgender mehr, sondern Horstgender. Ja, da gibt's keine Transgender mehr. Horstgender. Horstgender. Ja, der Horstgendert. Ja, ich bin mal auf die Toilette, ich mach das lustig. Ja, aber du weißt ja, den Tampon nicht vergessen. Der Horstgender. Hör mal, hier. Na ja. Horstgender. Na ja, es wird nichts mehr gehostet, es wird jetzt so noch gehostgendert. Wir haben hier einen neuen Gig hier, es gibt kein Host führen mehr, sondern es heißt nur noch Horst gendern. Ja? Ja. Ja, aber mit R. Horst. Mit R. Mit R. R wie Rektal oder Rassieren oder Radikalisieren. R wie Rai. Ja, wie Radikal durchgreifen. Läuft dein Stream überhaupt noch? Ach, das ist der Gig, der Herr, grüß Gott, der Herr, hör mal, Anna, Anna, Training, Anna, Hör mal, Anna, 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 Hör mal, ey, nee, hier, Herr, wer hat wen an der Klatsche? Ja, Horsten, wir Horsten jetzt mal. Horst hat einen Darmteil. Ja, Horst hat einen Darmteil, deswegen Horstgender, ja? Gibt keine Transgender mehr. Einfach nur Horstgender. Nächste Woche, Horsten wir nicht, sondern Günthern, ja? Listen by doing. Ja, 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 wir Horsten doch hier. als Horst-Gendern. Ja... Unser Horst ist gerade pissend. Ja, du kriegst einen Horst-Gender. Der Horst-Gender legt gerade ein frisches Tampon ein. Auf gute Zusammenarbeit, würde ich mal sagen. Und kein Toxic-Spiel hier. Sonst platzt mir der Sack. Sein, soll ich sein? Heißt schon so, ich f*** dich. Ich f*** dich. Ja, ja, das sagen sie alle, wie es tut. Das spiel doch nicht da, mit dem platzenden Sack und heul. Ja, nein, ich hoffe mal nicht. Ich bin eigentlich auch Platin-Spieler, also macht ja nix raus. Ich hab bloß bei Platin-Titel vor der Woche verloren. Ja... Ja, ich hab's auch wirklich lange gehalten, aber dann hatten wir wirklich einen Toxic-Gegner nach dem anderen gekriegt, aber wirklich vom Feinsten. Ja... Ja, der Weikungs... Boah, okay. Ja, mit, glaube ich, 67 geht das auch schlecht. Alles klar. Weidmann 2. Alles klar. Weidmann 2. So. Gleichfalls. Auf ein... Okay, dann halt nicht. Dankeschön! Komm mal, ich mach jetzt auch mal eine urinale Erwartungspause. Nein, habt ihr das auch gesagt wegen Dings, dass die mit der Map anfangen, aber die Verteidiger sind? Nein, weil du machst die Regel. Wir haben bloß gesagt, dass wir jetzt Horst-Gender sind. Und dass wir alle das komische Häkchen hier drücken sollen, wenn wir bereit sind. Er wechselt Account, holt seine Kollegen jetzt hier rein und dann, äh, let's ready. 08er KD Gold 1. Äh... 08er KD Platin 2. Was? Was? Wie geht denn das? Wie kann man mit einer 08er KD und einer 1-1er Sieger und Niederlage Platin 2 sein? Hochgezogen. Aber vom Feinsten. Und es hieß allen Platin-Spieler. Jetzt sind schon mal zwei drin. Hör mal! Die Infos sind aber nicht gerade exakt. Allah! Mit einer 08er KD, wo hast denn du die Leute eigentlich aufgegabelt, wenn ich mal so fragen darf? Hier. Ja, Facebook. Was, Facebook? Wer, wer, wer... Was für ein Klang? Facebook! Nein! Wer? Ja, aber jetzt war einer nach dem anderen! Ich hör zu! Aber dann alle schreien! Dann wirklich heulen hier! Allah! Allah! Oh, du musstest in Zukunft drunter schreien über CW gestattet. Äh, ich meine... Es war... HorstGender gestattet. Nächste Woche... Nächste Woche... GünterGenderLive.com Mit dem Gutschein GünterGenderXXX kriegst du 50 Minuten live kostenlos dazu. Gültig in allen öffentlichen Filialen, außer Netto und Rewe, weil ihr seid Arschlöcher. Hahaha! Ihr seid Arschlöcher. Hahaha! Warum... Warum müsst ihr mich immer moppen? Ja, äh... Keine Ahnung. Einfach so, weil mir danach ist. Hahaha! Mir aber nicht danach! Hahaha! Mir aber! Anna! Mir aber nicht! Warte mal! Warte mal! Soll ich dir ein Taschentuch bringen, oder was? Wonach ist dir nicht die... Die... Ne, bring mir Woddy. Ja, ich... Den trinke ich selber hier. Warte... Warte, 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 warte... Ich... Warte, ich hab was für dich, so ein bisschen als Mitleid. Jetzt komm! Ich kann's nicht laufen lassen, das... Doch! Nein! So, jetzt! Du Arschlauch! Für den Arm! Dark Tiger! Bei wem Moppen, wem seinen... Sprachfehler! Aber... 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 Immerhin... Ich liebe dich trotzdem, Schatz! Ich liebe dich trotzdem, Schatz! Ja... Also wie gesagt, ich werde jetzt das Urinal aussuchen und meine Wartungsarbeiten... Vervollziehen... Vervollziehen... Äh... Warte, wie heißt das... Wie heißt das Wort? Ich komm da drauf... Nein, ich verrichten... Äh... Vollziehen! Ja, vollziehen! Ich... Ich verrichte jetzt meine Wartungsarbeiten auf dem Klo! Viel Spaß! Es wird auch ein privates Video geben... Ähm... LongDongJohnsonXXX... 20 Minuten Live! Kostenlos! Schokolade! 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 Anna! Dafür... Viel Spaß! 0-9! Gold 4! Was sind die? Was sind die? Gold 4! 1-0! 1-1! 1-1! Gold 4! Gold 4! Wie... 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 Wie weit ist dein, äh... Dings Clan Account? Von den... Von euch? Ja, müssen wir mal... Äh... Öfters jetzt spielen... Dass wir die... Äh... ganzen Operator bekommen, ne? Och, der Kevin ist auch da! Oh, ne! Platin 3... 1-2! Ein Platin-Spieler, ne? Ich hab jetzt bis jetzt 3 Stück gezählt! Ich hab bis jetzt 3 Platin-Spieler gesehen! Alle! Oh... Hör, hör mal! Der Willinger! Das sind 3 Platin-Spieler, ne? Ja! Ja! Von wegen... Einmal hier! Ne! Ich seh grad 3 Gold! Ja doch! Ja doch! Ja doch! Aber du musst wissen... 2 Stück sind davon... Latin und der eine hat doch Accounts gewechselt! Ja... Und der eine hat ne 1-2er KT... Also auf diesen Käff müssen wir ein bisschen achten, ne? Allah! Die reden nicht mit dir! Merk's los, nicht Liefer! Ne, wirklich nicht! Oh, der Kolbe rein, der Zinke! Morgen werd ich bis zum Klo hinke! So! Computer sind rein! Oh doch! Ich starte! Ja, ein bisschen New Kids, ne? New Kids on Block! Ich weiß, wie sie... Ich will einstimmen! Ja, hier! Atemlos durch... Okay, ich hätte jetzt was rassistisches was gesagt! Atemlos durch die Küste! Ja, hör mal, ne? Nicht so! Die Küste! Ja, wir wissen noch nicht mal, was die großartig spielen! Wir sind Angreifer, okay! Ratatatata! Ja! Gut, ich bin eben nicht zurechnungsfähig, aber mir ist alles zu wurscht! Jackal! Ha! Lissi, du bist schon mal raus! Äh, okay, was nehmen wir... Äh, Kapi! Lass Monty! Kapi, oder? Nein, lass Monty! Ah, Monty kann man aus allen Seiten wegflanken, wenn es sein muss! Kapi nicht! Ja, okay! Verteidiger sind die! Dann nehmen wir den... Was wollen wir den... Lass Kev! Kev, wirklich? Ja, ich eigentlich auch... Ich war eigentlich auch für mich! Ja... Ich hätte Kev gesagt, weil die Tscheke gebangt haben! Ja, aber Kev ist auf der Map nicht wirklich nützlich! Ist so klein! Wollte ich grad sagen... Warte mal! Wenn sie mir jetzt leaschen nehmen, kotze ich! Okay, passt! Clash? Wirklich? Was ist los mit denen? Also, auf den Kev müssen wir aufpassen! Der hat hier eine 1-2er Platin-Schwitzniveau! Hashtag! No Ammo! Das ist ein Kev! Darauf müssen wir nicht auffassen! Doch! Ja, nee! Wollte ich grad sagen hier... Also, rein in die Olka! So, was brauchen wir? Ich weiß ja... Ich weiß ja, äh... Oh... Ja... Doc, Ela, Jäger, Kaid, Castle! Ja, ha! Deswegen wahrscheinlich Doc! Und Kaid! Nee, ich glaub nur Doc! Doc wird das machen und die werden auch Puls wechseln! Törmal sollte eigentlich die... Den Diffuser mitnehmen! Ah, okay! Okay, okay! Die, die als Erste stirten, dann nimm dir ich den Diffuser mit! Das gehört sich so! Na, Spaß bei seiner... Rein, die Olka jetzt! Ja, pack mal! Ich hör irgendwas so... Wie machst du dich von den Pum? Ja, ich hör schon... Ja, ich hör schon... Ja, ich hör schon... Ich hör schon... Ich hör schon alles aufplatzen hier... Oh, da hat er überhaupt nicht mehr hier... Doc hat, glaub ich, nicht den Revolver dabei... Nee, hat er nicht... Nee, aber er hat dafür Pump... Er hat... Pump... Ja, das ist mal Doc... Das ist mal Doc, aber normal... Oh, komm, wo ich hock, Alter! Wie geil ist das denn? Wo hocke ich denn? Wir haben schon... Fass mal auf, jetzt rechte ich gleich den ersten Spawn-Pick ab hier... Boah... Das wird mir jetzt schon schlecht... Da rennt einer raus, das ist Jäger, Jäger angehittet, die Waffe verzieht vom Bug aufs übelste. Könnt ihr hier drauf achten? Ach du Scheiße. Da ich die Seite hier aufwaffen kann. Fetcher, ich brauch dich mal hier. Ja, komme. Entschärfer wurde zurückgeholt. Alter, ich will walten. Ich brauch einen, der hier abhämt und hier, bitte. Ja, Fetcher kommt doch jetzt mit hoch. Weil da ich die Wand hier unten auch machen kann. Ja, Moin. Vorsicht, Campi. Leut. Ja. Lockert mich. Was? Er teabackt wie ein Wichser. Der macht alles. Boah, ich hab doch gesagt, ich hab keinen Bock auf so'n Schwitzer Scheiß hier. Ekelhaft sowas. Mein verbleibender Operator vom eigenen Druck. Wow. Ja, Doc hat die ganze Zeit alle diese scheiß T-Back-Kacke abgezogen, Alter. Ja, aber ein bisschen unnötig. Ja, aber sowas so Toxic Scheiße, Alter, jetzt ehrlich. Ich hab gesagt, ich hab eigentlich auf sowas keinen Bock. Und jetzt siehst du auch bloß ein Blatt hin, jetzt sind's drei auf einmal, also. 15 Sekunden übrig. Ja. Ich hätte nichts machen können. Kein Ding. Er reicht doch noch Doc mit seinem scheiß ACOG, Alter. Ich hab ihn gesehen, aber ich konnte nichts machen gegen seinem scheiß T-Back-Dreck, Alter. Das ACOG ist auch das einzige, was ihn noch attraktiv macht. Ja, und seinen scheiß Hitbox, Alter. Ja, weil ihm kannst du da 30 Kugeln in die Fresse ballern. Dann juckt den nicht. Dann liegt der und dann sprayt er sich wieder da hoch und dann ist gut. Aber Jäger ist jetzt nicht dabei. Dafür haben sie Smoke dabei, Kaid, Jäger, Ela und Leshen. Aber dafür hat er einen dicken Hitbox abbekommen von mir. Ja, bringt aber nicht viel, wenn er nicht tot ist. Ja, trotzdem, ehrlich. Ich bin bei einer Promille hier schon drin. Soll ich mich was treffen, oder was? Soll ich mich was treffen, oder was? Alla! Küche. Was? Ey, die spielen voll... Keine Ahnung, Alter. Die spielen das rückwärts. Die spielen das rückwärts. Die spielen das rückwärts. Legion habe ich gesehen. Äh, nicht Legion. Eko, sorry. Die spielen das jetzt einfach rückwärts. Nach. Ja, ich merks. Aber Legion ist, glaub ich, auch dabei. Hab ich doch gesagt, wir haben Legion. Komm mal. Zu sag ich was. Sunrise, du Bastard. Dann auch noch Eko will... Ah, da krieg ich Kopfschmerzen. Rück zur Bombefuhr und entschärft sie. Ella, ist Sonnweissbar gegangen? Ey, bei Küche hab ich keine Ahnung. Oh ja. Geräte werden aufgescheitert. Legion ist schon direkt hier. Da willst du ne Clamer? Ja, mein. Schenk ich irgendwas über Sunrise schonmal rein, oder? Nein. Sunrise, Sunrise, Sunrise. Auf ping. Ja, bringt mir das viel. Hinter der Bar, hinter der Bar? Ja. Und die Tür? Ja. Ja. Ey, das... Manchmal... Ein bisschen weiter ab. Ich lenke hier ab, du Scheiße. Was? Ein riesiges verdammtes Loch. Komm sofort. Sie machen was, ich sie bringen. Ja, ich werde ein Schroh, ne? Und das schluss auf den Schroh! Und es ist zum Schroh? Die Drohne. Ja. liegt er liegt er liegt er liegt er geht zu bar über liegt er liegt da auch irgendjemand gammelt im bad auch mal jetzt bleibe ich an dem dieser scheiß liegen steht immer noch im bad mit 2 hp alter ich kotze ab ich bin mal den diffuser nicht schärfer wurde erneut gesichert nicht nicht ja ja Kann jemand anderes hören, weil ich kann, ich komm grad mit dem nicht klar. Ey, ich hab auf Flächen reingeballert wie ein Ochse, Alter, es kann nicht sein, echt. Ja, sag ich auch, die zwei Platinen da machen den Rest hier, der Rest macht nix. War klar. Wir müssen eine Bombe aufführen. Ah, mein Gott, Alter. Oh, jetzt spring ich da noch vorbei, echt. Äh. Rauschen? Ja. Ja, da muss halt einer unten rein, ne? Er kommt mit mir unten, dann geh ich unten. Oh, ich hör irgendwas hier. Jäger bei mir. Jäger war hier. Ich hör irgendwas rechts hier. Oh, der war hier. Ey, was verziehen die Waffen jetzt auf einmal so? Oh, der steht bei den Stairs. Kai war hier auf Ping, da geht, glaub ich, grad die Stairs runter. Wo ist Ella? Wie ist jetzt Ella reingekommen? Ey, ich hab gleich keinen Bock mehr, Alter. Ja. Das kann ich nicht mit dem Scheiß hier auch noch. Hast du die gesehen? Ella ist tot. Nee, Ella war genau Küche. Genau, die ist genau reingekommen. Ach, jetzt kann ich da auch nicht mehr rein, weil da ne Castle Wand ist, ey. Meine Fresse. Alter, die Schrotze ist einfach zum Kotzen, ey. Die hat noch fünf. Immer noch Küche. Ja, jetzt drohen die mich aus wie die Lackaffen, Alter. Oh, ja. Wo ist denn die Scheiß-Kamera? Wieso wurden die da hinten nicht ausgemacht, Alter? Ich lade nach. Ah, schön, die scheiß Jäger-Teile. Was? Ey, ich hab Castle nen Headshot gegeben, Alter. Ey, ne, wenn das jetzt so weitergeht, die zweite Runde bin ich raus, ganz ehrlich. Ich war so hart auf den drauf. 10 Sekunden übrig. Echt, Alter. Ich will das brechen, Alter. Wir müssen die Ketten rausholen. Ja, nein. Da ist schon wieder dasselbe Scheiß wie letztes Mal. Da sind wir solche... Das sind halt schon wieder scheiß Platin-Spiele, Alter. Ehrlich. Wer hieß einer? Ne, das hieß jetzt drei oder vier, Alter. Na ja, meine ganze Dreckswaffen verziehen wieder aufs Übelste und ich weiß nicht warum, Alter. Ja, ne, das hieß schon wieder Krebs oder sowas, Alter. Ohne Witz. Wenn die jetzt Warden spielen, ne, gehen wir alle raus, dann haben die die Runde gewonnen. Ja, ne, die machen sich jetzt lustig darüber, weil jetzt sind sie irgendwelche Random Operator. Ja, aber wenn sie Warden haben, dann haben sie verloren. Warum sollte sie verloren haben, wenn sie Warden haben? Warden darf er nicht. Was? Ach so. Die ersten drei Monate ist er gesperrt. Ja, dann haben sie die Runde jetzt verloren oder was? Nein. Ja, wenn wir jetzt Warden spielen, wenn Warden jetzt da drin ist, haben sie verloren. Dann geht das sofort auf unsere Kappe. Die erste Runde. Was ist? Mute. Die werden bestimmt gewechselt haben. Ja, okay, die haben auf Mute gewechselt. Hätte ja klappen können. Da war ja was mit den Regeln. Ela wieder mit Schrotzer. Und Vigil. Ja. Ja, mach da. Ey, ich war so hart auf diesen Castle. Das hat den nicht interessiert, Alter. Gib mir zwei Schüsse. Ich bin tot, Alter. Du warst Headshot. Du warst Headshot. Ich bin tot. Das kann sein, dass er sich gemütlich umdreht und mich einfach wegflankt. Das interessiert mich. Echt? Ich muss Treffer bei dir vorbei rennen, dann putzt sie es einfach nicht hier. Mutil ist eh... Bar? Du Bar? Meils ist Anweisbar? Mal gucken, vielleicht kriege ich mal was anderes da. Ne, ganz ehrlich, ich hab keinen Bock mehr, Alter. Jetzt steht er mit seiner Pumpe hinter der Bar, wie ist der? Ich spiele alle wieder... Ich versteh das nicht, warum man immer Pumpe spielen muss. Ja, ganz ehrlich, ich hab aber noch keinen Bock mehr, Alter. So ein Schwachsinn. Reicht's von dir am Fenster? Wahrscheinlich. Ich war im Kopf, ihr wollt mich doch verarschen! Ja, sag ich doch, der spielt kein Pumpe, der hat mich auch weggeholt mit der Pumpe. Der stand hinter der Bar, ist hochgegangen, hab mich weggepumpt. Wir spielen alle nur Pumpe! Ich weiß mir nicht, warum die Platin sind. Ach komm, leck mich doch, ey! Boah! 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 Schon wieder so eine Toxic-Scheiße hier! Komm, lass uns alle mit Pumpe ruchen! Normal, wenn du es aber gemacht hättest, ich hätte es nicht connected. Hä, wie lange geht denn das? 4, 4, oder? Ja, 6 Runden. Ach so. Boah! Heilig jetzt! Boah! 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 Oh! Frost, Deck, Echo, Dock! Ich krieg nichts geschissen hier gerade, aber null! Ich krieg's von sowas! Lars, willst du mich wechseln? Wir müssen eine Bombe aufspüren! Die wollen mich doch jetzt erarschen! Die wollen mich doch jetzt erarschen! Die wollen mich doch jetzt erarschen! Lien spielt jetzt auch mit der Pumpe! Frost ohne Schrotflinte! Nee, Frost! Frost nicht! Wie kann man Lise so eklig spielen? Küche! Mann, echt! Oh ja, seit wann flie- Echt, die scheiß Granaten, Alter. Als ob sie nur aus dem halben Meter fliegen. Wie? Was? Der hat der... Jäger, drück mal ein Headshot, der ist er. Er stirbt nicht. Lade neues Magazin. Was? Ey, das gibt's gar nichts. Ich hab Jäger und halbes Magazin gedrückt. Jäger war Sunrise. Er ist nicht länger in deinem Besitz. Ah, wo... Was denn? Ligen! Ligen ist bei mir. Hat er mir jetzt echt ne Ligenfalle angeschmissen? Nee, seine Pamm. Ah, nee. Naja. Ich hör nix. 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 Ich wundere, warum die alle Platin sind mit ihrem scheiß Pamm-Geschwitzen. Das wäre mit Pamm und wahrscheinlich Melki auch mit Pamm. Wer hat eine? Doch, Kaid hatte vorhin seine Pamm. Nee, Jäger. Der Jäger-Pamm ist auch scheiße. Mäßig. Ist halt langsam. Im Vergleich zu den anderen. Ja, das ist ein Einzelschuss-Pamm. Oder halbautomatisch, wenn man es hier... Wenn darf. Nee, aber auf sowas hab ich keinen Bock, Alter. Dann kannst du die zweite Runde Gleis hier abblasen. Nee, da hab ich gar keinen Bock drauf heute. Ich hab heute schon wieder meinen Controller geschrottet wegen dem Scheiß hier. Achtung, Oro, da hat eine Bombe wiedergastiert. Wenn ich das Geräusch schon wieder höre, ey. 10 Sekunden, über Einsatz. Einsatz in 5 Sekunden. Na, ein Dreck wird's. Gelangst zu der Bombe und entschärft sie. Halten nach anderen Ausschau. Das ist so schlecht. Oh, Mann, da jetzt mal ja nicht. Ah, die springt schon aus dem Fenster raus, bevor sie... Und wieder Pump. Lass dich rufen an. Sie kommt. Nitro. WTF, danke. Einer steht im Bar, glaub ich. Oder steht doch einer von euch überm Tropen auf das Bestuen. Ich hör leaschen hier irgendwo. Ich hör leaschen hier irgendwo. Ist ja irgendwie... Ja, da hinten... Da hinten liegt da auch einer drin. UNTERTITELUNG Kassel ist ähm, in der Karauke, aber da liegt nichts bei mir. Och Mann, was soll denn der Dreck hier? Überall wird schon gethront hier. Ja, das ist gar nichts, Alter, ganz ehrlich, das fand ich so blöd.